In Frieden lasst uns beten zum Heil. Ewiger Vater, ich opfere dir all die Wunden deines innig geliebten Sohnes Jesus Christus auf. die bitteren Schmerzen und Todesqualen seines heiligsten Herzens und sein kostbarstes Blut, das aus allen seinen Wunden floss, als Sühne für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Wir hören heute einen Auszug aus den Botschaften Jesu an Barnabas Nevoi aus den Jahren 1995 bis 2000 in Nigeria. Diese Botschaften an Barnabas Nevoi besitzen Imprimatur von dem dortigen Bischof Ayo Maria Atoyebi. Allerdings wird in jüngster Zeit die Verbreitung dieser Botschaften von den subversiven Saboteuren und Verrätern innerhalb der heiligen katholischen römisch-apostolischen Kirche zensiert und unterbunden. Umso mehr fühlen wir uns, als Apostel der Endzeit verpflichtet, diese Stimme der Umkehr und Buße unseres Herrn Jesus Christus den Gläubigen zur Verfügung zu stellen. Meine Lieben, es ist die Stimme Christi, die Stimme unseres Herrn und Gottes, welche uns mahnend die Wahrheit über den religiösen Lügenwahn unserer Tage aufzeigt. Es ist die Stimme, welche unsere Herzen mit göttlichem Eifer, mit göttlichem Feuer durchdringen möchte, damit wir entfacht werden, für das Evangelium Christi zu kämpfen, zu leiden und zu sterben. Meine lieben Apostel der Endzeit, so sind wir alle dazu berufen, die Erlösung durch das am Kreuz vergossene kostbare Blut Christi mit unserem eigenen Leben zu bezeugen. Und so werden wir würdige Christen sein, wenn wir ganz aus der Gnadenfülle, aus dem Gnadenfluss des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus heraus leben, wenn wir dann unsere Pflichten, unsere Alltagspflichten und unsere Standespflichten im Herzen Jesu und Mariens, dem dreifaltigen Gott, aufopfern und dadurch jede noch so kleine Handlung in unserem Leben, jedes noch so kleine Wort, Gedanke oder Gebet fruchtbar machen für die Ewigkeit und zur Rettung der Seelen. Gründe für die Agonie Christi heute Unser Herr Jesus Christus spricht Mein Sohn, tritt ein für mich gegen den bösen Menschen und seine Anhänger, um die Herrschaft meiner Herrlichkeit auf Erde zu beschleunigen. Tritt ein für mich gegen die Irrtümer, die der böse Mensch in der Kirche ausbreitet, um sie zu zerstören. Die heilige Messe, die mein Kreuzweg zu eurer Erlösung ist, ist es, die der Feind zu einem bloßen Dienst herabwürdigt. Mein Volk erinnert sich nicht mehr an mich, der ich mich wegen seiner Sünden in Agonie befinde. Wie soll es sich da noch an das Opferlamm erinnern, das sein Blut unaufhörlich zur Sühne für eure Sünden im heiligen Opfer der Messe vergießt? Wie ein Schaf, das man schlachten will, habt ihr mich wie einen Verbrecher aus dem Garten Gethsemane zum Berg Kalvaria gezehrt, wo ich mein Blut am Kreuz vergossen habe und für euch gestorben bin. Ich bin von den Toten auferstanden und sandte euch schließlich den Heiligen Geist. Sohn, all diese Dinge und an diesen Kelch, den ich für euch getrunken habe, erinnern sich viele von euch selten während der heiligen Messe. Meine Qual ist groß, weil mein Leiden und mein Tod in den Herzen der Meinen vergessen worden sind. Meine Qual ist groß, weil ich so viele sehe, die mich in einer unwürdigen Seele empfangen. Meine Qual ist groß, wenn ich viele meiner Priester sehe, die den ungesalbten Händen und der Laien meinen sakramentalen Leib und mein sakramentales Blut überlassen, um mein Volk zu bedienen. Erinnere dich, mein Sohn, dass mein heiligster Leib und mein kostbares Blut größer ist als die Bundeslade, die ich Moses gab. Alle Leviten beteten mich mit Furcht an und liebten meine Gegenwart im geweihten Heiligtum. Wie viel mehr muss dann mein Sohn das kostbare Blut des neuen Bundes angebetet werden? Meine Qual ist groß, wenn ich sehe, wie mein Volk die heilige Kommunion auf die Hand empfängt. Die heilige Kommunion ist mein Leib und mein Blut. Es besiegelt den neuen Bund, den ich schon in Israeliten der alten Zeit gab. Nur meine Priester haben das Recht, die neue Arche des Bundes zu berühren. Ich bin das Wort. Das Wort ist mein Leib und mein Blut. Das lebendige Brot, das alle Menschen essen werden und ewiges Leben empfangen. Die Israeliten der alten Zeit warfen sich mit Liebe und Furcht während des Opfers, des Brandopfers, mit dem Blut von Ziegen und Stieren nieder, wenn sie das blendende Licht meiner Gegenwart zahlen. Jene, die sich weigerten, niederzufallen und während dieser Stunde die Gegenwart ihres Gottes zu verehren, diese mussten sofort sterben. Um wie viel größer mein Sohn wird das große Strafgericht sein, das jene erwartet, die es ablehnen, mit Liebe und Ehrfurcht das einzig sakramentale Lamm Gottes, dessen Blut den neuen Bund besiegelte, anzubeten. Sie werden sehr leiden, wenn sie den sehen, der mit seinem Vater im Himmel thront, den sie gekreuzigt haben. Meine Qual ist groß, wenn ich sehe, wie mein heiliger Tempel entweiht wird, was die Herrlichkeit eures Gottes vertreibt. Sohn, katastrophale Gräuel haben die Kirche erfüllt, sind an der heiligen Stätte eingeführt worden. Mein Sohn, dein Gott ist heilig, sein Tempel muss ebenfalls heilig sein. Meine Qual ist groß, wenn ich sehe, wie viele Frauen ihr Haar unbedeckt lassen, sich sehr offen bekleiden, die Männer in der Kleidung nachahmen und trotzdem in meinen heiligen Tempel zum Opfer kommen, um in solch unwürdiger Kleidung daran teilzunehmen. Sohn, ihr Opfer gefällt mir nicht. Sie stellen ein schweres Ärgernis dar für die heiligste Dreifaltigkeit und für meine Mutter, für die Engel und Heiligen, die sich zum heiligen Opfer versammeln. Meine Qual ist groß, wenn ich den Plan des bösen Menschen sehe, meine Kirche zu zerstören durch die Weihe von Frauen zu meinen Priestern. Meine Qual ist groß, wenn ich sehe, wie der Feind die Herzen meiner Priester mit dem Wunsch aus der Hölle erfüllt, zu heiraten. Mein Sohn, dieses sind die Pläne des bösen Menschen, die Kirche zu ruinieren. Tritt ein für mich gegen diese Irrtümer, wenn du mich wirklich liebst. Im Gehorsam und mit Liebe mache meinen Willen allen Menschen bekannt. Bald nach deiner Verfolgung und Ablehnung werde ich kommen und die Kirche reinigen. Meine Qual ist groß, wenn ich eine große Anzahl der Meinen sehe, die Kulten angehören. Sohn, sogar unter jenen, die sich mir geweiht haben. Meine Qual ist groß, wenn ich Millionen von Seelen sehe, die täglich sterben und beinahe alle wegen der Sünden des Fleisches zur Hölle gehen. Mein Sohn, ich leide noch schlimmer wegen der Flut des Blutes der ungeborenen Kinder, die jeden Tag zunimmt. Ihr Blut erschüttert den Himmel stärker als das Blut von Abel. Meine Bestechungsgeld annehmen und die Andere betrügen. Sie sind die Judas ihres letzten Zeitalters. Sie werden sehr leiden. Mein Sohn, meine Qual vermehrt sich stark, da die Unmoral zunimmt. Die Schreie der Armen und Weisen beunruhigen mich sehr. Einhalt der Waffe der Messzerstörung Alle Nationen der Welt, hört auf meine qualvolle Stimme. Die Wissenschaftler haben Waffen für die Massenvernichtung herstellen wollen, um die von Gott erschaffene Welt zu zerstören. Seht, die ganze Welt klagt über die mögliche Massenvernichtung für das Menschengeschlecht. Überall herrscht Terror. Kinder, denkt ihr, dass man die ganze Welt zerstören kann? Sie können ihr eigenes Leben und das Leben von zahlreichen Geschöpfen zerstören. Aber hinsichtlich der Vernichtung der ganzen Welt können sie es nicht. Jene, die sich an der Massenvernichtung von Leben beteiligen, werden als Mörder gerichtet werden. Ihre Strafe ist ewig. Schlimmer und höchst schmerzhaft ist es mit anzusehnen, wie die modernen Leiter meiner heiligen Kirche, die größte Waffe der Massenvernichtung gegen die Menschheit und gegen die Seelen errichten. Ich sage, gegen das Fleisch und gegen die Seele, diese Waffe ist schlimmer, als es die Massenvernichtungswaffen der Wissenschaftler sind. Wehe jenen Leitern, die sich an dieser Tat beteiligen. Sie werden den Tag verfluchen, an dem sie zu Führer an meiner Herde gewählt worden sind. Groß wird ihre Strafe sein. Kinder, die Waffen der Massenvernichtung, die die modernen Leiter meiner heiligen Kirche bauen, sind gegen das Sakrament der heiligen Eucharistie gerichtet. Dieses Sakrament ist die ewige Sonne, die den Lebenden und den Toten Licht spendet. Oh, ohne dieses Sakrament wird es kein Leben für die Lebenden und die Toten geben, wie du es sehen und glauben kannst, dass sogar diese irrische Welt ohne die Sonne existieren kann. Die weltlichen Wissenschaftler bauen ihre Waffen, um die Sonne mit ihren radioaktiven Wellen anzugreifen. So greifen auch die modernen Leiter meiner heiligen Kirche die ewige Sonne aller Zeiten mit ihrer falschen Doktrin gegen das Sakrament der heiligen Eucharistie an. Ich bin der qualvoll leidende Jesus Christus, der dieses Sakrament für das Leben der Welt gab. Kinder, es ist besser, den Wissenschaftlern zu erlauben, Leben durch ihre Massenvernichtungswaffen zu vernichten, als die Massenvernichtung von Seelen zu erlauben, die kommen wird als Ergebnis des Kampfes gegen das Sakrament der heiligen Eucharistie. Höre es erneut. Es ist eine Tat der Entweihung des Sakraments der heiligen Eucharistie, es ungesalbten Händen zu erlauben, den meinigen dieses Sakrament zu spenden. Nur meine Priester, die gesalbten Hände haben das Recht, das Sakrament der heiligen Eucharistie zu spenden. Keine anderen Hände, Möge diese Entweihung aufhören. Die modernen Revoltierer verbreiten ihre Waffe der Messzerstörung. Sie sagen, dass dieses Sakrament eine bloße Nahrung sei. Ihr erkennt sie wie folgt an der Weise, wie sie dieses heilige Sakrament behandeln. Sie verbreiten die Handkommunion. Sie sorgen sich nicht um die kleinen Partikel dieses heiligen Sakramentes, die dieselbe Würde wie die größeren haben. Sie ermutigen die Laien hinzuzutreten, um sich dieses heilige Sakrament selbst zu nehmen. Sie predigen gegen das Sakrament der Buße und ermutigen dadurch unwürdige Seelen, dieses Sakrament der Eucharistie in diesem Zustand zu empfangen. Sie reinigen den Opferkelch nicht mehr auf dem Opferaltar, sondern sie tun dieses lieber an einem Seitentischchen, das man als Waschtisch ansieht. Das bezeugt die Tatsache, dass sie die heilige Eucharistie als bloße Nahrung ansehen. All diese Tatsachen zeigen an, wie sie die Waffe der Messzerstörung gegen das Sakrament der heiligen Eucharistie einsetzen. Ich appelliere an euch, euch gegen die Ordination von Frauen als Priestern einzusetzen. Die Revoltierer machen alle Versuche, Frauen auf den Thron des Priestertums zu heben. Wenn es ihnen gelingt, dieses zu tun, werden sie den größten Erfolg beim Aufstellen der Waffe der Messzerstörung gegen Fleisch und Seele erreicht haben. Aber wehe jenen Frauen, die es sich erlauben, die Instrumente der Messzerstörung zu sein. Das Feuer der Hölle wird nicht ausreichen, ihnen zu vergelten. Ihre Verdammung ist so furchtbar. Kinder, ich appelliere an euch, meiner Gegenwart in der heiligen Eucharistie absolute Verehrung zu erweisen. Ich habe gesehen, wie viele meiner Geliebten wegen des Niederkniens, um mich zu empfangen, verfolgt wurden. Einigen wurde das Sakrament verweigert. O meine Leiter, warum könnt ihr diese Pläne der Revoltierer nicht verstehen? Ich bin Jesus im heiligsten Sakrament, den Moses und die Propheten der alten Zeit sahen und sich anbetend mit dem Angesicht zur Erde nieder warfen und in dessen Gegenwart die Ältesten im Himmel und die Heiligen sich nieder werfen. Ich bin Jesus in der heiligen Eucharistie, vor dem die Engel für ewig in Anbetung niedergeworfen verweilen. O fürchtet die Gegenwart eures Gottes, nähert euch ihm mit Liebe und Ehrfurcht. Kinder, ich möchte euch nochmals fragen. Denkt ihr, dass die modernen Revoltierer diese meine Kirche vernichten können? Sie können Leben zerstören und viele Seelen in die Hölle senden. Aber was meine heilige Kirche betrifft, diese können sie nicht vernichten. Ich bin bei meiner Kirche bis zum Ende der Welt. Die Tore der Hölle werden nicht über sie siegen. O weder die weltlichen Wissenschaftler noch die modernen Revoltierer gegen die heilige Eucharistie haben die Kraft, weder die Welt noch die Kirche zu vernichten. Alles, was sie erreichen können, ist die Vernichtung ihres eigenen Lebens und des Lebens von zahlreichen Geschöpfen Gottes. Nur meine Priester in der Ordnung des Melchizedek sind geweiht worden, um dieses zu tun. Die folgende Entweihung der heiligen Eucharistie Unser Herr Jesus Christus spricht. Wenn diese Missbräuche und die Entweihung meines Sakramentes der heiligen Eucharistie weitergehen, was zur Entweihung meines heiligen Tempels führen wird, oh, dann wird meine Herrlichkeit von den Schändern weichen. Das Licht wahrer Liebe wird von ihnen weichen. Ich sage euch, die Macht des Irrtums wird über das Leben von allen herrschen, die es missbrauchen und über jene, die die Entweihung des Sakramentes der heiligen Eucharistie fördern. All diese Konvente, Klöster und Priester Seminare, die sich an diesen Taten der Entweihung beteiligen. An diese wird sich niemand mehr erinnern. So ist es in Europa geschehen. Meine Herrlichkeit wird von jenen Priestern weichen, die diese Taten der Entweihung freien Lauf lassen. Jene meiner Bischöfe, die Schweigen und jene, die diese Missbräuche und die Entweihung des Sakramentes der heiligen Eucharistie fördern, werden mit ihren eigenen Augen die Verwältlichung ihrer Priester sehen. In diesen Diözesen wird die wahre Anbetung meiner eucharistischen Gegenwart auch unter den Priestern verschwinden, besonders bei jenen, die sich an diesen Taten der Entweihung beteiligen. Die Liebe zu meinem Auftrag wird verschwinden in den Teilen der Welt, die diese Taten der Entweihung fördern. Jene Priester, jene Nationen werden ihren Eifer für die apostolische Arbeit verlieren. Anstatt Sucher nach Seelen und Seelenfischer zu sein, werden sie Sucher und Fischer nach den Reichtümern der Welt sein. Sie werden Sklaven des Materialismus sein. Geld wird der Gott sein, den sie verehren. Das Vergehen der Bestechung und Verdorbenheit wird über ihr Leben herrschen. Zu dieser Zeit werden diese Priester um irdische Positionen kämpfen, um Reichtum und Vergnügen zu haben. Sie werden so weit gehen, die Autorität über sich zu bestechen, um Möglichkeit zu irdischem Wissen zu bekommen. Diese Priester werden ihre Gnade der Keuschheit verlieren. Die Macht der Begierde wird sie überwältigen. Viele dieser Priester werden heiraten, während der Rest sie werden viele meiner Jungfrauen in ihrem eigenen Land missbrauchen und viele Seelen mit sich in die Hölle schleifen. Zu dieser Zeit werden die Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit verschwunden sein. Das Weltvolk wird die Leere meiner Priester sehen, weil meine Herrlichkeit von ihnen gewichen sein wird. Der Reichtum meiner Priester zu dieser Zeit wird Diebel zu meinem Heiligtum hinziehen. Viele meiner Priester werden von den Dieben getötet werden. Die Güter meines Tempels werden von Dieben weggetragen werden. Der Rest von ihnen wird an Herzinfarkt sterben, aufgrund seiner sklavischen Bindung an materielle Dinge. Wenn diese Taten der Entweihung der Heiligen Eucharistie weitergehen, werden jene Länder Mangel an Priestern für meinen Auftrag erfahren. Männer werden ihren Eifer für meinen Dienst verlieren. Viele Priesterseminare werden schließen. Jene religiösen Kongregationen in diesem Land, die darin verwickelt sind und die die Entweihung des Sakramentes meiner heiligen Eucharistie fördern, werden verschwinden und niemand wird sich mehr an sie erinnern. Ich werde sicherstellen, dass alle meine hohen Geistlichen, die über dieses Thema schweigen und jene, die diese Schändungen unterstützen, leben, um die Früchte ihres Tuns zu sehen, sodass sie leben werden, um die Konsequenzen ihrer Gedankenlosigkeit zu erleben und mit diesen Sorgen vor meinen Gerichtshof treten werden, wo sie das Angesicht von dem schauen werden, der sie anruft, ihn zu lieben. Seht, diese Ordensschwestern, die sich an diesen Entweihungen beteiligen, werden bald aufgeben und sich der Welt anschließen, wie König Usia im zweiten Buch Chronik Kapitel 26, der meine Gegenwart durch das Betreten des Tempels schändete, um Weihrauch auf dem Räucheraltar zu verbrennen. Dieses ist nicht die Pflicht des Königs, sondern die meiner Priester. Diese Ordensschwestern sind stolz geworden durch das Übernehmen von Priester Aufgaben wie Usia. Dieses wird ihren Fall bewirken. O meine kleinen Schwestern, mit Liebe rufe ich euch zu, mit derselben Stimme des Oberpriesters Asaria und der achtzig mutigen Priester aus alter Zeit. Ihr habt kein Recht, das Sakrament der Heiligen Eucharistie dazureichen. Nur meine Priester in der Nachfolge von Mechesidek sind gesalbt worden, um dieses zu tun. Überlasst meinen Priestern diese Aufgabe. Lasst ungesalbte Hände dem Kelch mit der Heiligen Eucharistie nicht nahe kommen. Lauft davon, der Zorn des ewigen Vaters ist groß. Ich bin der qualvoll leidende Jesus Christus, der euch aufruft zur Liebe. Meine kleinen Schwestern, ich rufe euch auf, zu eurer Aufgabe zurückzukehren, die in der Welt vernachlässigt worden ist. Geht und kümmert euch um die Armen, die Schwachen, die Kranken und die Erzieht mehr Menschen in der Welt zur Jungfräulichkeit. Aber wenn ihr auf eure eigene Weise weitermacht und das Sakrament der Heiligen Eucharistie entweiht, dann wird meine Herrlichkeit von euch weichen. Ihr werdet die Gnade der Keuschheit und der Demut verlieren. Die Augen der Menschen werden eure Verweltlichung sehen, weil ihr weltlicher sein werdet als die Welt. Ihr werdet erleben, wie ihr nachjagt. Die Menschen der Welt werden meine kleinen Schwestern kaum mehr von den weltlichen Menschen auf der Straße unterscheiden. Deshalb wird vielen von ihnen Schlimmstes widerfahren. Gottlose Männer werden in ihre Klöster einbrechen, um ihnen Gewalt anzutun. Zu dieser Zeit werden viele von ihnen freiwillig ihre Gelübde aufgeben und sich der Welt anschließen. Böses wird sich zu dieser Zeit überall verbreiten. Jungfräulichkeit wird ein Wort der Vergangenheit sein. Die Ehrfurcht vor Gott wird verschwinden. Die Boshaftigkeit wird zunehmen, bis es so schlimm sein wird, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Die Lehre und Tradition meiner heiligen Kirche wird verschwinden. Meine heilige Kirche wird mehr wie eine Gesellschaft betrachtet werden, denn als Kirche Wenn man zu dieser Zeit eine Seele retten will, wird es wie eine Flucht aus der Höhle eines Löwen sein. O groß ist die Verdammung meines Volkes, Seelen, ich meine damit eine große Anzahl von Seelen wird verdammt sein. Dieses ist der Angriff mit der Waffe der Messzerstörung, über die ich euch unterrichte. Wehe jenen, die in der Welt als Instrument der Messzerstörung verwendet werden. Sie werden bitterlich ihre Existenz in der Welt bedauern. Seht, es wird ihnen gelingen, das Licht der Welt zu entfernen. Dunkelheit wird überall herrschen. Der Grund des Kampfes ist die ewige Sonne der Lebenden und der Toten, das Sakrament der Heiligen Eucharistie. Erhebt euch und gebetet diesen Waffen jetzt Einhalt, bevor es zu spät ist. Lass die Leiter meiner heiligen Kirche sich erheben, um die Kirche und die Gabe der Kirche zu verteidigen. Das Mysterium der gesalbten Hände der Priester und des makellosen Mutterschoßes der gebenedeiten Jungfrau Maria. Wie der Mutterschoß der Königin des Himmels und der Erde von Anbeginn makellos erschaffen worden ist, so werden auf dieselbe Weise die Hände des Priesters Gottes am Tag der Ordination makellos geschaffen. Dies ist so, weil alles, was mit Gott in Berührung kommt, rein und makellos sein muss. Wie das Gefäß, in dem der Sohn Gottes sein Fleisch und Blut formte, makellos ist, so müssen die Hände, die Gott auf dem Altar empfangen, makellos sein. Keine anderen Hände können Gott auf dem Altar empfangen, wie es außer Maria keinen anderen Mutterschoß gibt, der Gott empfing. Auf dem Altar Gottes gibt der Priester Gott Existenz für die Menschheit, wie Maria Gott gebar in der Krippe zu Bethlehem. Gesegnet seien die Hände, die Gott empfangen, die Gott vergegenwärtigen, die Gott der Menschheit schenken, gesegnet seien die Hände des Priesters, Freunde des lebendigen Gottes, dieses ist die Würde der gesalbten Hände des Priesters Christi. Das ist der Grund, warum die Stimme des Himmels qualvoll und leidend ruft. Es ist eine Entweihung des Sakraments der Heiligen Eucharistie, nicht gesalbten Händen zu erlauben, das Sakrament der Heiligen Eucharistie zu spenden. Einzig die Hände meiner Priester sind gesalbt worden, um dieses zu tun. Keine andere Hand. Meine Lieben, wer Ohren hat, der höre und nehme sich diese Botschaften zu Herzen, auf das unsere Herzen mit tiefer Reue und Zerk knirschen über unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt und der katholischen Kirche erfüllt werden, dann können wir wahrhaft Anteil nehmen an der Agonie Jesu Christi. Ja, nur dann, wenn wir in Sühne und Zerknirschung hier auf der Erde mit unserem Herrn Jesus Christus das Kreuz tragen und ihn würdig empfangen in der Heiligen Eucharistie, ihn würdig anbeten. Ja, nur dann werden wir auch mit ihm in der ewigen Glorie vereint sein. Und so ermahnt uns auch Paulus im ersten Korinther Brief Kapitel 11 Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Ja, meine Lieben, wer den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus nicht würdig im Stand der Gnade empfängt, der zieht sich selbst das Gericht und die Verdammnis zu. Wenn wir den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus nicht im Stand der Gnade empfangen, können wir nicht gerettet werden. Dies sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. An diese Glaubenswahrheit müssen wir mit ganzen Herzen glauben, damit wir jetzt schon hier auf der Erde Zeugnis geben für sein kostbares Blut, damit wir wirklich wahre Christen sind, die tot sind für die Sünde und den alten Menschen und die jetzt leben in Jesus Christus. Und so ermahnt uns Paulus im Römerbrief Kapitel 6. Wenn wir nämlich mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mit gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet wäre und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Meine Lieben, wir haben die Pflicht, den Gnadenfluss seines kostbaren Blutes in unserem Leben übergroß werden zu lassen, damit wir für das Leben dieser Welt gestorben sind und allein für Gott in Jesus Christus leben. Lassen wir uns also entflammen von dieser Botschaft von Jesus an Barnabas. Lassen wir uns durchdringen von seinem kostbaren Blut, von dem hochheiligen kostbaren Blut Jesu Christi, auf das nicht mehr wir in uns selbst beten, leiden und leben, wir armseligen Geschöpfe, nein, sondern dass Jesus Christus vereint mit uns, in uns und mit uns leidet, betet und lebt. Nur dann, ja nur dann werden wir teilhaftig der übergroßen Gnade, dann werden wir teilhaftig vereint zu sein mit dem göttlichen Willen, vereint zu sein mit dem Willen Christi, vereint zu sein mit seiner Liebe, mit seinem Herzen, mit seinem Frieden, mit seinem ewigen Reich und dann werden wir dieses Tränental auf der Erde und diese Endzeit bestehen. Wenn seine Gnaden unser Leben vollkommen beherrschen, dann werden wir auch im Moment des Todes vorbereitet sein und würdig sein, in das himmlische Reich eingehen zu dürfen. Denn nichts Unreines kann in das Reich Gottes eintreten. Deswegen müssen so viele Sünder im Fegefeuer büßen. Denn nur was makellos rein ist, kann das ewige Reich eingehen. Und deswegen müssen wir uns jetzt schon ganz für die Gnade in Jesus Christus, für das Leben in ihm, das Leben aus der Kraft seines kostbaren Blutes heraus entscheiden und unser Leben ihm vollkommen zur Verfügung stellen. Dann kann seine Reinheit, seine Liebe in uns leben. Und so werden wir gerechtfertigt sein, gerechtfertigt ganz aus Gnade heraus, nicht wegen unseren guten Taten. Denn all diese guten Taten, die wir dann mit Jesus Christus vollbringen, die hat Gott mit uns vollbracht, sodass wir in allem ihm die Ehre geben. Und was behalten wir für uns? Herr, wir sind nicht würdig, unnütze Knechten, so nennt sich Paulus, sollen auch wir uns am Abend unseres Tuns, am Ende unseres Lebens nennen. Herr, ich bin nur ein unnützer Knecht, aber du bist der dreifaltige Gott. Und in dieser Demut, mit dieser Ehrfurcht, werden wir ein fruchtbarer Tempel sein des Heiligen Geistes und der Gnade Christi. Ja, an der ewigen Pforte, durch die jede Seele, jedes Geschöpf hindurch muss. Da werden sowohl die Gottlosen und Frevler, die Unbußfertigen und Satans Diener, als auch die Demütigen und Frommen, die Büßenden, Umkehrenden und Leidenden, ja, die Verfolgten und Heimgesuchten, jeder seinen Lohn empfangen. Denn unser Herr Jesus Christus wird über jedes einzelne Geschöpf in seiner herrlichen Allmacht Gericht halten. O Ehrfurcht, O Demut, O Anbetung unserem Herrn und Gott Jesus Christus, sinken wir doch auf die Knie, jetzt, heute, an diesem Tag, in diesem Leben, denn wer weiß, wann unser letzter Atemzug fällt, wer weiß, ob wir den nächsten Tag noch sehen, wer kann schon prophezeien, wann unsere Stunde gezählt sein wird. Deswegen lassen wir uns nicht vor dem Geist, diesem törichten Geist dieser Welt verwirren, vor den Stimmen der Menschen. Nein, wenden wir uns ab von dieser Welt und dem Trubel der Geschöpfe, hin zu unserem Herrn und Gott und beten ihn an. Ergreifen wir die wahre Waffe unseres Glaubens, den Heiligen Rosenkranz und beten so inständig zu unserem himmlischen Vater, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Und so und nur so alleine lieben wir wahrhaftig unseren Nächsten und unseren Mitmenschen. Denn wir wollen das Reich Christi, das ewige Reich in den Herzen eines jeden Menschen guten Willens. Möge uns also sein kostbares Blut alle Demut und Ehrfurcht lehren, damit wir, wenn wir eines Tages, vielleicht schon heute Abend, unseren letzten Atemzug aushauchen, für würdig befunden werden, damit wir würdig befunden werden von unserem Gott, gemeinsam mit den Heiligen und Märtyrern im Reich seiner ewigen Herrlichkeit, seiner Glorie und seiner vollkommenen Gerechtigkeit, wo nur Reinheit, Makellosigkeit, Sündenfreiheit herrscht, Gott loben zu dürfen, preisen zu dürfen und dabei ganz erfüllt zu sein mit dieser himmlischen Liebe, dieser übernatürlichen Freude und diesem ewigen Frieden. Bewahre uns also sein kostbares Blut davor, mit den Freflern und den Hochmütigen, mit den Verräten und Götzendienern in den Abgrund der Hölle zu stürzen. Meine Lieben, in diesem letzten furchtbaren Gericht, wo selbst der Gottlose und der Mensch, der sich zum Dämon gemacht hat, auf die Knie sinken muss, um das ewige Wort, Fleisch geworden ist, das makellose Opferlamm, den dreifaltigen Gott, anzuerkennen, sich niederzuwerfen und 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 ob er will will oder nicht, ihn anzubeten. Die einen werden ihn anbeten, voller Liebe, Ehrfurcht und Zerknirschung mit dem Preis, den sie dafür empfangen, ihr ewiges heil. Die anderen werden niederfallen vor ihm, auch voller Furcht, aber voller dämonischer Bosheit und Hass zu ihrem eigenen ewigen Verderben. Denn am letzten Tag wird es offenbar werden, jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Gelobt sei Jesus Christus. Nochmals, wer Ohren hat, der höre, nehme sich diese Botschaft zu Herzen, diesen starken Appell an unsere Seelen, wirklich anfangen, wie Christen zu leben, heute und alle Tage unseres Lebens hier auf der Erde. Lassen wir uns also vom kostbaren Blut reinigen und vorbereiten auf den Tag unseres Gerichtes. Wir haben euch dafür ein Buch in unserem St. Padre Pio Shop verlinkt, welches wertvolle Gebete enthält, die Jesus an Barnabas Nevoi diktiert hat, um unsere Seelen durch sein kostbares Blut zu reinigen und zu heiligen. Sie sind mit Imprimatur vom Bischof. Und so möchten wir dieses Video beenden mit einem Gebet zu unserem Herrn Jesus Christus und seinem kostbaren Blut. O kostbares Blut Jesu Christi, unseres Retters und Erlösers, sei alle Zeit mit uns und rette uns vor den Angriffen Satans. Durch die Fürsprache der Mutter Gottes, der heiligen Engel und alle Heiligen schenke uns die Gnade von dir beschützt und mit deinem kostbaren Blut bedeckt zu sein. Möge deine Glorie für immer in der ganzen Welt herrschen. Amen. Amen.